Ein Moment bitte. So, bitteschön, Wohlbekommst, zweite Dienstfristraben, bitteschön, Wohlbekommst, so, bitteschön. Oh, la, ich hab ihn gleich bei Ihnen. Da ist ja echt ne superschöne Wohnung. Warum ziehst du denn eigentlich aus? Tja, weil ich mir im Moment keine eigene leisten kann. Wohlbe oder Freitag, Problem oder Lösung, Schein oder nicht, Schein, die Patente kommt zum Fazit. Ich kann mich hundert Jahre weiter in die Unterdrückung unterstützen, wenn ich für den Unterdrücker arbeite. Ich arbeite nicht für den Kapitalisten. Was machen Sie denn hier? Freilich! Jens! 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 Untertitelung des ZDF, 2020